So hier kommt der Küche rein und kleines Esszimmer. Wo sind denn eigentlich unsere Wasserstellen? Die sind auf dem alten Boot. Hier oben hatten wir ja noch keine gehabt. Sie sind noch da? Ja. Du musst gucken ob das Wasser da ist. Ja war es gerade noch. Ich hab auch da getrunken. Ach ich hab was vergessen. Wir brauchen diese Sipplein die wieder aus Festland führt. Machst du noch einen Besuch? Oh Mann. Geh mir auf das Boot, bin ich sicher. Leck mich nicht auf die Arschlöcher. Okay. Ist das denn hier schief gelaufen? Weil eventuell schlafen gehen Jungs. Oh. So jetzt. Ja kleinen Moment. Ich muss noch irgendwas reparieren. Ja. Das muss noch da hin. So. Ich bin auf dem Weg. Ich drehe du schon erst so hoch kannst. Ich drehe. Nein aber nein nein. Ich will nicht hoch fliegen durch den Bug oder so. Ich bin da. Okay. Und erstmal pennen. So und wir machen jetzt eine kleine Tour ne? Können wir machen ja. Wo soll es hingehen? Steht irgendwas an? Höhle oder? Komm mit mir ins Abenteuerland. Ach der zuerst einmal. Alter ich hab vergiftete Pfeiler. Du Cheater. Das ist kein Cheaten. Doch. Wie ist das denn? Ich hab dir gar keine Hand gestellt. Ah ich könnte ja. Sind irgendwo Vögelchen? Wollen was zu essen? Windberries. Da oben kommt ein Vogel. Alle Pfeiler. Giftpfeiler. Pfeile. Geil. Kommt mit mir ins Abenteuerland. Wie kann man den Pfeil wieder loswerden wenn man den gespannt hat? Ob man den nicht abschießen möchte? Ist das irgendwie möglich? Ähm. Ich drück mal. Okay man kann ihn ja aufsammeln dann geht das auch. Einfach rechtsklick. 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 Vor allem zu meinem Rechtsklick. Okay. So. Ich brate mir doch eben was. Ja. Na komm ich. Ich hab auch gleich schon mal. Ist hier wohl Feuer? Ja hier sind überall Feuer eigentlich. Hört ihr eigentlich die Musik? Nee hat Musik ausgestellt. Okay. Ähm. Da oben ist Muschiklaus unterwegs. Den ficken wir den Muschiklaus. Ich hab meine Feuerfeiler. Und da ist er so eine Fettsack an. Der rennt. Ah. Und 1, 2, 3, 4. Dorfowohner rennen weg. Ähm. Ich würd's mir doch mal überlegen. Oh jo der gibt Gas. Gesehen der kann passen. Die Dorfowohner rennen weg. Leute. Mal von diesen Dingern. Weinen wir ins Abenteuer. Rennt. Hey halt still. das ist mit einem Stein abdeckt ist das war eine sehr schöne Idee ich kann keine Pfeile mehr ich auch nicht nicht ich habe Giftspfeiler mal sehen was die anstellen oh tsch auch Mario leider er vergiftet ach so, ich kann nicht mehr rennen ach so, er springt oh mein Gott was der ist im Kreis gelaufen oh oh ja ha ha ho Ich hab mich schon mal mit Kreislaufen. Ohhhh! Das war für mich. Bist tot? Alter! Ich kann nicht so... Ohne Kugel, Mario, lauf! Lauf, also Mario, lauf! Kriegen wir die Fischer irgendwie nochmal down, oder? Ja, komm! Ich bin der... Oh, ja, genau so! Zack, zack! Ja! Wasser, genau, ja! Oh, ne, wie viele Feile ich da reingesteckt hab! Ja! Oh, der springt! Boi! Oh Gott! Oh, scheiße, hab ich den trocken! Der kommt, der kommt, der kommt! Oh, hey! Alle mit Feile umgebracht, ey, ich hab's vom Gift Feile in den reingesetzt, ey! Nee, ich hab's vom Gift, ja, der ist im Normale verliert. Ja, ja, ja. Die liegt noch Fleisch im Lagerfeuer. Ja, was, ich mein's. Ja, ich mein's. Ja, ich mein's. Ich hab eins gegessen und hab einen Neues reingelegt. Ja, ich soll, ich jetzt auch eins zu auch ein Neues rein. Wenn sie diese Brotekur, ich hab doch schon, da war bestimmt... Fünf, fünf, fünf Fälle fast drin. Hier, der Typ wird auch ein Gefühl, alles für mich. Ich will irgendwas von dem Abend. Ich will irgendwas von dem Abend. Mit der Typ 1 ist aber raus, ne? Das ist auch schon krass, wie der so im Kreis läuft. Ja. Vor allem, wenn er so hoch springt, ne? Der uns. Ähm, hier. Was heißt es hier eigentlich? Ähm, wohin wollen wir gehen? In welch... Wir dürfen eine Höhle. Ja, okay. Äh, sollen wir auf die Karte gucken? Ich guck auf die Karte. Wenn du eine Karte gerade eröffnen kannst, dann wär das cool. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, da hinten hab mein'n Höhleneingang. Auf der anderen Seite. Bei den Karteern. Ja, aber wir wollten da gucken wegen dem Katana, dachte ich. Das Katana liegt, glaub ich, in der Nähe... Also, auf der ganz anderen Seite der Insel. Okay. Ich guck grad mal, ja? Äh... Mache ich jetzt meine... Äh... Warum... Warum... Wie ein Schuss steckt? Wie viele Vögel jagen. Ja, mach ich doch auch gerade. Da könnt ihr auch mit Steinen töten, ne? Als ob. Da hab ich grad gemacht, eigentlich. Okay, warte, warte. Ich probier's jetzt auch. Einen mit Pfeil, den anderen mit... Mist. Naaaah! Okay, warte. Ein Stein, ein Stein, ein Stein. Das geht ja echt. Lol. Hat er sich gerade auch bei dem... Wir haben in dieser Buch ganz links gebaut, ne? In welcher Buch ganz links? In welcher Buch ganz links? Ja, wenn du die Karte schaust. Äh... Ja, ja, ja. Da ist praktisch auf selber Höhe vom Loch. Okay. Ich weiß, dass Katana ganz unten, in der Nähe von dem großen Baum. Das Katana ist in der Cave-Eyes, der Todes-Höhle. Und die ist... Todes-Höhlen-Eingang ist... Ähm... ... an diesem großen Loch. Weißt du, was das große Loch ist? Äh... Ja, das große Loch ist direkt hier auf selber Höhe. Genau. Da... Da ist... Da ist dein... Ich bin tot. Denn? Alter. Wieder? Ja. Ich bin komplett tot. Was? Ich hab schon... Der Pfeil ist über dich drüber geflogen. Oh, kein Problem. Kein Problem. Ich sammle die Sachen wieder ein. Schöner ist... Ich hab dich hier. Ich hab dich hier mal, ne? Hä, wie groß sind die Typen? Ah, ich bin geduckt, achso. Ah! Aua! Lass einfach den Rucksack da liegen. Ja, aber ich hab... Das war irgendwie voll komisch. Ich hab über dich drüber geschossen, ne? Auf den Typen. Und ich hab einfach dich getroffen. Aha! Du machst das also. Und der PS nämlich für... Pfeile. Keine Pfeile mehr. Ah, ich kämpf gar mit zwei gleichzeitig. Kämpf gar mit drei. Ja, aber komm doch. Ich kämpf gar mit drei, aber ich hab einen mit Pfeil gezündet und... Ja. Brauchen wir uns hier gelaufen. Ja, willst du mal sterben? Nein, danke. Äh... Die brauchen aber C4 oder sowas. Haben wir, äh... Haben wir, glaub ich nicht. Ja, ich brauch noch ein paar Koffer für. Können wir uns das hier selber bauen. Ja. Brauchen die Uhr. Wer weiß ich gerade nicht. Ähm... Booth und, äh... Wo ist das Todesloch? Ich glaub mal, mal irgendeine Richtung, wo ich finde. Ja, das ist, äh... Quasi... Ja. Okay. Ja, ich glaub gar nicht mal. Du musst quasi von der Sipline, ne? Wenn du die Sipline rutscht, nach links. Und dann halt an dem Wasser immer vorbei. Ja, ich glaub, ich hab schon. Einer, ey. Hä? Oh, Mann. Ich wünsch' jetzt mit der Ausdauer könnte man irgendwie verbessern. Oh, da kommt einer, auf den ich schon mal geschossen hatte. Oh, ne. Hä? Ich bin, glaub ich, im Schnee, wenn ich irgendwie falsch. Kann's sein? Ich bin, glaub ich, im Schnee, wenn ich irgendwie falsch. Kann's sein? Du musst hier meine Richtung, so ein bisschen. Hä? Ja. 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 Oh. Oh, cool. Wie die Feinde, die aushalten. Was mir so mal ganz hier bei einem Feld. Hier sind mega viele Tottenständer. Das bedeutet, dass mir gerade auch fällt, dass wir gerade viel Leute auf uns zukommen. auf mich ich würde gerne schneller da sein aber meine auslöser marsch wo bin ich jetzt hier gelandet der Busee was sind die Leute um was man kommt wieder zurück in der Westerung das ist er halt da noch ein zweiter die duld sie hat alle zwei gelaufen das war es quasi in die Richtung der Schatz das ist ja willkommen und helfen dir ein paar Hedgefonds die Frau ja die Hedgefonds im Laufe zwei drei Leute wie in Köln im Silvester das warst du? ja ja das war ich mein Körper ich will das Teich haben das ist für das Drying Rack und den Arm und den anderen Arm komm schon eins, zwei, drei Arm Juhu Nein Du Scheiß Mario warum wirst du das? ich wollte mich nicht anzünden du hast mich angezündet wieso habe ich dich angezündet wieso habe ich dich angezündet wenn du mich ins Feuer geworfen hast wieso habe ich dich ins Feuer geworfen wieso habe ich dich ins Feuer geworfen du hast mich ins Feuer gestoßen Entschuldigung ich habe mich ja selber da reingestoßen guck mal ich spring über das Feuer guck mal ich spring über das Feuer doch top ten anime Betrays ich bin zurückgefallen ich bin zurückgefallen wortwörtlich ich glaube ich muss nicht an die Feder noch ankommen Ich bin zurück ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg doch ist in die richtung der kern los ich muss noch mal eine ausdauer ein bisschen achten auch auch da fällt nur ein hä? Musik? ich möchte gerne Musik hören also entweder ist es ein Bug oder ich habe keine Kassette mehr keine Musikbetreibern auf du Scheiße hör dich vor mir hier ich sehe es, hallo tötet das mal sind wir gerade dabei da los, den anderen annehmen Alter na jau alter was denn? wie viel leicht das ist holly schick aber was kann man denn gibt es noch Krokodilleder? ne das ist ganz normales Leder ne das ist ganz normales Leder ich suche es gerade das ist ganz normales Leder ich suche es gerade das ist ganz normales Leder ja wie viel leicht gibt denn das Ding? ja vier Stück ja gut also man kann keine Haut abziehen? doch aber das ist nur ein ganz normales Leder ach so juhu ok zum Loch ich war gerade im Inventar nur so ein Trampeln vor mir so hey was ist das denn Inventar schließen? kommt so ein Riesenteil vor mich Alter mit der Musik ich gerade abspiele so voll die Trainingsmontage ja ich habe einen Kassettenkläder aber das ist eine Höhle hier ist eine Höhle aber ich glaube das ist eine andere Höhle das ist eine andere ja ähm ok hier ist das Loch ja wir müssen zum südlichen Teil des Loches äh warte mal wir können eigentlich am Loch entlang laufen sollte irgendwo ein Höhleneingang sein einfach komplett auf die andere Seite Leute ich mach mal den Deck äh ich schmeiß mal grad hier so in den Kopf da rein ähm und übrigens das Loch was wir gerade gefunden haben den Eingang das ist ein Loch das ist ein Loch das ist ein Eingang für hier ja aber ich glaube das ist es nicht wenn wir da ne es ist es nicht da gab es zwei Löcher schon noch auf dem Weg es waren bei andere Höhlen ok ich sehe da hinten einen Höhleneingang ne ja wir müssen einfach rumlaufen und wer wir finden ok jetzt sind wir hier das heißt ähm genau von hier auf der anderen Seite müsste er sein ja ok hm so laufen wir dann mal eine Runde le 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 beide etwa Musik gerade kann man damit Musik mit der Kassette ja wenn du ne Kassettler hast dann ja musst du nur kombinieren dann ja dann geht das ich hab ne Kassette wo ist mein Kassettenrecorder oder Player der ist eigentlich da wo die Kassetten auch liegen ne dann hab ich keinen Kassettenrecorder super der krieg ach Kalinchen wir finden ja auch gerne Musik hören wenn du mal Musik Musik Musik